Was ist das? Das ist London. 60 Minuten brauchte es nur. Dann stand die Menschheit am Rand der völligen Vernichtung. Die Menschen wurden mobil. Ein neues Zeitalter begann. Das Zeitalter der großen Raubstädte. Das Überleben des Schnellsten. Hey, Vorsicht! Valentine. Das ist für meine Mutter. Halte sie auf! Tom! Frag ihn, warum er meine Mutter umgebracht hat. Nein! Nein! Tut mir leid, dass du das gehört hast. Esther Shaw wird nicht aufgeben, bis ich tot bin. Es sei denn, du tötest sie zuerst. Wir müssen sie finden! Los, rein! Ich habe sehr lange nach dir gesucht. Deine Mutter hat etwas sehr Gefährliches entdeckt. Sie hatte Angst vor Valentine. Vor dem, was er tun könnte. Wer das hier kontrolliert, beherrscht die Welt. Sie sagte, du könntest ihn aufhalten. Diese Waffe kann in Sekunden ganzer Städte ausradieren. Nicht, wenn wir sie ausschalten. Nichts wird dem im Wege stehen. Wir müssen London aufhalten, bevor es uns vernichtet. Sicher, dass du das tun willst? Wenn wir da reingehen, gibt es kein Zurück. Ich muss es tun. Ich muss es tun.